Hallo da draußen und willkommen zu Half-Dead 2 und mit diesem netten kleinen Wayne's World Charakter gehen wir in dieses Spiel. Das ganze gibt es ich glaube für 5 Euro auf Steam diesmal wieder und das werden wir das ganze mal testen. Ja was machen wir? Wir spielen Koop mit irgendwelchen Menschen aus dem Internet. Ich hoffe dass wir da jetzt Leute finden. Spielersuche 210 und das geht schnell. Es handelt sich hier um ein ich sag mal Room Escape Spiel sozusagen indem wir hier in diesen jetzt nicht mehr sichtbaren Räumen sind und hier haben wir jemanden dabei. Da haben wir jemanden im Film The Cube, der uralt ist und den ich allerdings noch kenne. Hier geht es nicht lang. Was müssen wir machen? Ja wir müssen hier, okay das glaube ich wird auch nichts und das wird auch nichts. Ja wir müssen versuchen durch diese Räume durchzukommen und den Ausgang zu finden. Manchmal sind tödliche Fallen drin, manchmal nicht. Okay ich folge euch mal Freunde. Oh schnell. Okay man kann hier Schuhe reinwerfen. Wie ihr gerade gesehen habt. Manchmal werden dann Fallen ausgelöst und manchmal halt nicht. Da ist Lama. Hier ist nix. Okay und so kann man hier entweder im Koop mit Freunden oder mit den Leuten die ich jetzt hier gerade dabei habe spielen. Ich schmeiße mal einen Stiefel rein. Passiert nix. Nehme ich meinen Stiefel wieder mit. Habe ich den wieder? Ja. Hey ich habe sogar Beine. Guck mal das spiegelt sogar. Cool. So die verschiedenen Fallen die es gibt lösen manchmal zügig aus und manchmal weniger. Deshalb oh fuck. Wo ich doch hier in diesem Spiel Jump'n'Run also Jump mäßig total schlecht bin. Ich gehe mal nach hier gucken. Wir versuchen. Kommt hier was? Oh ja. Okay aber da kommen wir trotzdem durch glaube ich. Wo ist es denn? Da kommen wir durch glaube ich. So jetzt kommt das so runter. Kann ich das? Hey mach die. Lass die Tür offen Junge. Wo sind denn die anderen? Ähm. Ja. Komm ich da durch? Ich gehe einfach. Ich will meinen Schuh. Ich will den Schuh. Gib den Schuh hier. Wie kann ich denn den Schuh nehmen? Ah. 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 Oh. 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 Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Warum kann ich denn den Schuh nicht nehmen? Okay. Ich muss nochmal reingehen. Ich gehe nochmal rein. Jetzt habe ich ihn. Da drüben ist eine Kiste. Ich habe gerade eine Kiste gesehen. Ich sehe auf der Minimap gerade gar nicht wo meine Kumpels hier sind. Aber okay. Ja ich gehe mal rein. Nein nein nein. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gedacht das Ding greift mich. Bist du deppert. Wo ist es? Wo ist es? Okay das dreht sich da einfach im Kreis. Das heißt wenn ich hier stehen bleibe passiert mir nichts. Okay pass auf. Das ist eine. Okay ich gehe hier durch. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Komme ich da jetzt? Komme ich da weiter? Oh das. Das ist. Das ist. Ja hier geht es nach oben. Leute ich habe es gefunden. Wo sind denn meine anderen beiden jetzt? Unten links sehe ich dass die noch am Leben sind. Hier müssen wir rein. Hier geht es in die nächste Ebene. Da oben ist die nächste Ebene. Es gibt drei oder vier Ebenen. Leute ich habe es gefunden. Wo seid ihr denn? Ach kacke. Ich höre jemanden laufen auf jeden Fall. Ich gucke mal hier rein. Boah ich hasse diese Dinger ne. Ja ist mir egal. Ich gehe hoch. Boing. Uah. Ach die sind schon oben. Ne die sind unten wa. Ja ja die sind unten. Das sieht nicht gut aus. Ich schmeiße mal einen Stiefel rein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was wäre passiert? Ist das ein komischer Ton? Was passiert denn da? Ach Spinnen. Guck mal hier. Kommen ganz viele Spinnen. Seht ihr das? So ein bisschen sieht man es? Ja. So die anderen beiden sind auch da. Ich habe mal den Weg gefunden. Okay. Jetzt fehlt mir ein Schuh. Also ich muss einen Schuh suchen. Was ist denn hier los mit euch? Geht das hier? Ja. Geht das? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist nix. Hast du was um reinzuwerfen? Ist der gerade weggeglitscht? Okay. Hier können wir auch durch. Ich gehe ihm einfach mal hinterher und gucke mal. Oranger Raum. Können wir da rein? Da sitzt. Warte mal. Da sitzt. Ah. Ich will den Schuh. Ich will den Schuh. Komm mach was. Mach das Bretter auf Junge. Geh weg. Punkt 1 mein Schuh. Punkt 2 mein Schuh. Was ist das für ein Geräusch? Ach das ist von der anderen Seite. Ja. Haha. Lava. Was ist denn das für ein... Warte. Was ist das für ein Geräusch? Was ist denn das für ein abgespaceder... Was zum Henker bist denn du? Okay. Ähm. Ja. Ja. Da fliegt, äh... Ein Drachen. So. Hier könnte man durch. Da ist ein Ausrufezeichen drin. Also wenn man aufpasst. Jetzt weiß ich auch was das für ein Geräusch ist. Hier könnte man durch. Wie schnell ist denn das Ding? Die Frage ist, kommen wir da wieder weg? Ich lass das erstmal. Geh mal zu dem anderen. Ähm. So. Der ist hier. Ich seh unten links auf der Minimap, dass man da reingehen kann übrigens. So. Ach. Da kann man nicht rein. Okay. Da ist ein Ausrufezeichen. Das heißt, da könnte man sich durchschlümseln. Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Was ist das hier? Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Hier war auf jeden Fall jemand drin. Kann ich da jetzt reingehen? Leute. Hallo. Wo ist denn der andere hin? Ich lass das mal. Ich geh mal den anderen hinterher. So. Ich folg dir mal. Mel. Ne? Hier. Komm. Guck mal. Oh. War da schon jemand drin? Hier war da schon jemand drin, oder? Ja. Okay. Dann geh ich mal nach da. Genau. Ich lass dich mal vor. Geh mal gucken, ob das... Das sieht nicht gut aus. Okay. Auf dem Eis müssen wir aufpassen, weil da rutschen wir. Ja. Hört sich auch ein bisschen nach Knusper... Knuspergeräusch an. Okay. Äh. Es ist echt... Ah ja. Krokodile sehr geil animiert, muss ich sagen. Oh Mist. Okay. Da geht's nicht weiter. Was ist das? Oh shit. Tötet es mich hier drin auch? Ne. Aber da könnte man durch. Guck. Da könnte man durch. Oh. Das ist doppelter... Das ist ein riesenblauer Hydrant. Okay. Pass auf. Ich... 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 Ich versuch mal da rein zu gehen. Ich versuch einfach mal da rein zu gehen. Ich muss halt mitlaufen, ne? Und ich kann eigentlich nur da durch. Wow. Was? Ich kann eigentlich nur links durch. Weil... Ja. Die anderen Türen sind ja zu. Okay. Pass auf. Dann geh ich jetzt hier hin. Mach's Brett auf. So. Und... Er geht schon mal rein. Ja. Was? Oh nein, nein. Nein. Bist du dämlich. So. Ich geh auch rein. Was ist hier? Nimm mich mit. Oh shit. Okay. Da können wir nicht durch. Gut, dass ich nur einen Stuhl gehabt hab. Wie kann ich denn jetzt eigentlich... Wie kann ich denn jetzt hier mein... Ich komm mit rein. Meine Bandage benutzen. Ah, guck mal. Auswählen. Ah, guck mal. Ich kann mich bandagieren. Mega. Jetzt bin ich wieder voll. Okay. Hier geht's nirgendwo lang. Das ist natürlich blöd. Dann können wir gleich wieder zurücklatschen. So. Mir fehlt ein Stiefel jetzt. Mir fehlt ein Schuh. Ich brauch auf jeden Fall einen Schuh. Und wir brauchen mal einen Clou. Wo wir hier durch können. Komm. Mach's Brett auf, Junge. Wo geht's denn jetzt hier durch, Leute? Könnt ihr mal irgendwie... Was finden? Oder habt ihr keine Lust? Oder was ist denn da los mit euch, ne? Da war Lava drin. Da haben wir schon mal reingeguckt. Ja. Muss man sich halt auch ein bisschen merken, du Trottel, ne? Warum ist hier ein Ausrufezeichen eigentlich? Das ist auch ein Ausrufezeichen. Was tut das? Wow! Oh, leck mich fett, Alter. Oh nein. Ich bin hier reingegangen. Ach, bin ich blöd. Ah, okay. Nichts passiert. Okay. Jetzt war ich kurz... Jetzt war ich kurz ein bisschen verwirrt, ne? So, ich schmeiß mir jetzt mal einen Schuh rein. Passiert nix. Passt. Kann ich reingehen. Was ist das für ein Geräusch? Oh Gott. Ich will hier gar nicht... Ich will gar nicht weitergehen eigentlich. Wow! Ich bin geblitzt, dingst. Passiert da noch was? Ich geh rein. Bin drin. Wow! Ich geh rein. Fällt ein Amboss vom Himmel. Seid ihr blöd? Was ist denn bei euch eigentlich drin, Leute? Ich guck mal. Ah, da ist er doch. Ach, die sind schon oben. Mein Gott. Bium. Aber der, der. Ich brauch einen Stiefel. Danke. Was bist denn du? Warum schmeißt du jetzt deinen Stiefel rein, wenn der doch eh da drin ist? Nein, Leute. War jetzt hier schon einer drin? Schmeiß mal einen Stiefel rein. Ja, warum habt ihr alle keine Stiefel mehr, Leute? Oh, da geht's bergab. Ich hab's gesehen. Da geht's runter. Der ist runtergefallen. Ja, 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 ja. Hier geht's runter. Oh ja, ich seh's. Kann ich springen? Ja, ich kann springen. Okay. Ähm, ich will das nicht, ne? Aber ich geh mal da rüber. Ah, jawohl. Jetzt fehlt mir natürlich ein Stiefel. Ja, genau. Du, Micha. Da musst du echt aufpassen, ne? Gut, dass ich den Stiefel geworfen hab. Das hätte ich nicht gesehen. Jetzt fehlt mir natürlich wieder einer. Ne? Aber das hätte ich nicht gesehen, auf jeden Fall. Wir leben schon ziemlich lange. Das wundert mich, weil... Also hier muss ich sagen, bei diesem Spiel... Das hab ich schon mal angespielt. Äh, einfach ums zu testen. Und da bin ich halt einfach irgendwie, äh, weiß ich nicht, beim dritten Raum irgendwie draufgegangen oder so. Keine Ahnung. Okay, wo geht er lang? Er geht... Ja, gut. Lassen wir das. Kannst du da reingehen, Kumpel? Ich teste mal. Kann man reingehen. Läuft doch alles. Läuft, Leute. Läuft. Was habt ihr für Schiss, Alter? Das ist doch kein Stress, ey. So. Ähm... Ja. Okay. So, was gibt's hier? Nichts. Ich hör was. Ich geh rein. Oh, ich bin in einer... Was, was, was passiert hier gerade? Wow! Alter, 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 alter. Was? Wow, wo ist das? Leck mich fett. Okay, er ist down. Er ist down. Oh... Geh weg, geh weg, 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 weg! Oh, shit. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Okay, 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 okay. was tut das denn jetzt da er stand halt auch genau davor gibt es da noch was wie komme ich denn jetzt hier wieder raus komme ich hier wieder raus wie komme ich hier wieder raus Leute ey er ist schon mal down so er geht jetzt in die Richtung wenn ich jetzt hier rüber gehe folgt er mir dann ach scheiße ich muss da reingehen oh ich habe es überlebt ich habe es überlebt du Idiot guck mal wie kaputt er ist habe ich noch einen Schuh ja einen habe ich noch Gott sei Dank hier geht es nicht weiter ok hier höre ich irgendwas hier kommen wir auch nicht weiter ich höre es schon naja Prinzip kann ich da schon weiter gehen hat er den Kreis gefunden er hat ihn ok wie komme ich wie komme ich da hin kann ich da drüben durchgehen um zu ihm zu gelangen er hat ihn er ist auch schon oben glaube ich ich weiß jetzt natürlich gerade nicht wie viele Etagen es hier gibt er hat ihn jawohl mega zack noch eine Etage das ist jetzt glaube ich vier oder das ist Etage vier ich weiß es gar nicht ich glaube vier jetzt in Ebene fünf von sechs so ich wollte eigentlich nur so ein kleines fünf Minuten Let's Play machen aber jetzt bin ich natürlich schon wieder so weit gekommen oh man ok ich ah du nicht du Arsch was ist das für eine Falle oder es sieht nach irgendwelchen komischen wilden Zeug aus hier so wir gehen mal hier durch ich habe nur noch einen Stiefel ja den muss ich jetzt verhämmern weil ich will einfach nicht drauf gehen was ist das oh hm da kann ich ja eigentlich reingehen da kann ich reingehen so wie weit geht der wenn ich den jetzt aufhebe der geht bis dahin das sieht nicht gut aus da kann ich bestimmt nicht rein ne kann ich auch nicht was passiert da gerade was ist das wo geht das hin ist das unweigerlich ah das geht reihum ja da können wir durch die Falle auch durch oh mein Gott mach das Brett auf Junge ich brauche den Schuh wieder wo ist denn der Kack boah warum kommt denn der nicht so warum kommt denn der nicht weiter der wandert doch oder ne der wandert nicht der geht einfach oh da ist noch eins ach Gott sei Dank ach der wandert gar nicht der geht bloß da rüber ah ok das ist ja einfach dann ne so ja toll Krokodile danke für nichts so ich muss hier weiter das war der klassische Eierschäler wo kam das her da das sieht auch verrückt aus hier ich gehe einfach mal rein ok hier falle ich runter da muss ich aufpassen oh ich bin total weit gekommen oh mein Gott ich freue mich total so ich schmeiße einen Schuh rein passiert nichts läuft das läuft wir könnten es diesmal tatsächlich schaffen ich habe dieses Spiel noch nie geschafft ah fuck aber das ist auch eine Falle nur so wie 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 läuft das jetzt was passiert da jetzt kommt dieses Gas näher oder was auch immer das ist oder kann ich da reingehen ey ich brauche den Schuh wieder mach doch mal auf jetzt hier geht denn die Tür immer so schnell zu ah jetzt breitet sich es aus ah jetzt war ich zu langsam ne jetzt war ich zu langsam hätte ich den Schuh holen können aber jetzt haut er sich man hört das nochmal auf oder geht das am Rand kann ich mich bewegen so wie es aussieht da geht es glaube ich nicht weiter zumindest sieht das so aus ok ich versuche mal den Schuh zu holen ah oh oh ok lassen wir das ja scheiße ne jetzt habe ich keinen Schuh mehr ja ok hm kacke ja hier höre ich schon dass das nichts werden so da gehe ich jetzt da kann ich ich kann nur hier reingehen ne ich gehe rein und nein 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 was zum Henker ist denn das da drüben wäre gewesen leck mich am Arsch ach ach komm ja ok schön ja da wäre es gewesen schön komm ich hier noch raus er hustet nur komm ich hier noch raus ne oh kacke ok das war half dead ich bin tot wir haben 30 Räume tatsächlich geschafft 15 Fallen mitgenommen ja und ich habe jetzt ein ja 20 Minuten gerade gespielt obwohl ich eigentlich nur 5 Minuten aufnehmen wollte aber half dead hey für zwischendurch ganz cool eigentlich ja man kann sich hier so ein bisschen ja den Räumen stellen es sind ganz coole Fallen dabei eigentlich super finde ich dass man mit anderen irgendwie spielen kann wenn man jetzt noch ingame irgendwie kommunizieren könnte wäre es noch geiler aber ihr habt ja auch gesehen auch die Spielersuche in dem Koop geht halt echt schnell da man ist in 5 Sekunden ingame und kann hier direkt los starten von daher ganz cool die Grafik finde ich auch nicht schlecht ich habe mir das runtergeladen weil ich einfach den Film The Cube kenne und den eigentlich ganz cool fand muss ich sagen das ist jetzt half dead 2 den 1er habe ich gar nicht gespielt man könnte jetzt hier noch verschiedene Sachen mit dazu packen für einen 3er vielleicht kommt ja mal ein 3er wenn er kommt werde ich auf jeden Fall ausprobieren ich sage danke fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin tschüssen bis dahin 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 Vielen Dank.